Hallo und willkommen auf der IFAD Entsorger 2012 hier in München. Wir befinden uns jetzt hier am Messestand von Sepex und die versprechen eine wahre Revolution in der Pumpentechnik. Das Ganze nennt sich Smart Conveying Technology oder kurz SCT. Und was sich genau hinter dieser Technik verbirgt, das schauen wir uns jetzt mal an. Hier haben wir jetzt SCT, das ist eine Innovation, die völlig neu konzipiert ist, wo ich einen direkten Zugriff einfach auf die Hauptförderelemente Rotor und Start habe. Ja und vielleicht zeige ich es ja ganz einfach, wie es funktioniert. So, dann sehen wir hier den Stator in der geteilten Ausführung. Auch hier relativ einfach dann zu entnehmen. So und das ist normalerweise ein Job von mindestens anderthalb Stunden für den geübten Monteur. Sonst dauert es noch länger und hier, ich würde mal sagen, ich bin jetzt auch nicht geübt, aber eine Sache von Minuten. Die Zeitersparnis ist ein besonderer Vorteil der neuen Technologie. Mit einer Vorführung wird bewiesen, wie deutlich SCT der herkömmlichen Technik überlegen ist. Auf die Plätze, fertig, los. So, und die Zeit läuft jetzt. Wir schauen jetzt mal hier auf die Zeit, gestoppt bei 3 Minuten 33 Sekunden. Kriegt Matthias hierfür einen Applaus? Ja, denke ich schon. Und durfte bei CPEX drei Tage in der CERVEX-Werkstatt mitarbeiten. Und hatte die Möglichkeit, die Pumpe zu montieren und zu demontieren. Ja, und ich war wirklich schwer begeistert. Ja, das war jetzt diese neue Pumpe, die mit diesen auswechslbaren Statoren, Rotoren. Das ist wirklich eine Neuheit. Da überlegen wir schon, ob wir das einsetzen können. Der Vorteil ist, dass man es schneller auseinander hat. Man kann es schneller reinigen. Und es scheint einfach wartungsfreundlicher für die Mitarbeiter. Wir planen CERVEX immer sehr gerne auf unseren Kläranlagen ein, weil die CERVEX-Produkte sehr zuverlässig sind. Und auch unter den ungarischen Verhältnissen sehr gut arbeiten. Robuste Dinge. Also ich kann CERVEX nur empfehlen. Wir haben ungefähr 35 CPEX-Exceltersteckenpuppen bei uns auch auf der Kläranlage in Wilhelmshafen. Und wir sind äußerst zufrieden. Demontagezeit, roter Stator, bestimmt 60, 70 Prozent Zeitersparnis. Also von meiner Einschätzung her, was ich erlebt habe dort in der Werkstatt. Also ist ein sehr feines Produkt. Das war es wieder mal hier von uns auf der IFAT Entsorger 2012 hier in München. Fünf Tage voller spannender, interessanter Informationen liegen hinter uns. Und SCT, also die Smart Conveying Technology, kann definitiv als einer der Highlights der Show bezeichnet werden. Und CERVEX gab seinen Besuchern hier einen detaillierten, intensiven Einblick in die neueste und einzigartige Technologie. Vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren und vielleicht bis bald. Tschüss.